Ja, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. In diesem Video wollte ich doch kurz angesprochen haben, dass ich und Jim Heldmuss heute wieder ein Nice Film machen. Wir werden unter anderem erstmal wieder über Godzilla reden, über ein paar Horrorfilme und auf Zuschauerfragen eingehen. Also wenn ihr Fragen habt, egal was, stellt sie in die Kommentare. Und übrigens haben wir noch einen Special Guest, und zwar Slimy, der ist auch wieder mit am Start. Und ich würde sagen, ich freue mich, wenn ihr dabei seid. Der Stream beginnt um 20.15 Uhr, und zwar heute. Dann würde ich sagen, bis dann und ciao.